Einen wunderschönen guten Morgen, meine XRP-Freunde da draußen. Es ist wieder Freitag und somit Zeit für eine brandaktuelle XRP-Chart-Analyse. Und natürlich nochmal ganz kurz auf die News blicken, weil mir ist irgendwie nochmal sowas in den Sinn gekommen von letzter Woche. Wir haben ja über diesen XRP-Hack bei Chris Larsen drüber gesprochen und da möchte ich nochmal ein, zwei Gedanken mit euch teilen. Auf jeden Fall, bevor wir starten mit dem Video, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne einen Kommentar unten natürlich da lassen. Mit eurer XRP-Preisprognose würde mich mal interessieren, ob ihr nach dem ganzen Hack möglicherweise etwas bearischer gestimmt seid. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe. Link dazu ist kostenlos unten in der Videobeschreibung angepinnt. So, jetzt aber rein in die Analyse. Momentan trailen wir bei 51 US-Dollar Cent. Es hat sich eigentlich seit letzter Woche gar nichts wirklich getan. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass wir hier so eine Bullish Divergence haben. Die hat erst einmal gut ausgespielt, nachdem wir hier nochmal so ein kleines Fake-Out hatten, ging es dann erstmal nach oben. In dem Preisbereich um 52 US-Dollar Cent. Daraufhin wieder einmal unser gelber Abtrend getestet. Und von hier aus ging es dann jetzt in den letzten Tagen etwas nach oben. Das heißt, die Kurse haben sich etwas stabilisiert. Wir haben aber übergeordnet weiterhin keinen Trendwechsel. Das heißt, der Markt ist einfach immer noch bearisch gestimmt. Wir kriegen keine höheren Hochs. Und das sehen wir auch hier an diesem Trend. Der ist noch nicht gebrochen. Wichtig wäre kurzfristig bei ungefähr 0,52,72 dort zumindest mal dieses hochzubrechen, damit wir wenigstens Luft haben, in Richtung 54 US-Dollar Cent zu pumpen. In Anführungszeichen pumpen, weil wir sprechen dann hier nur von einer Erholung von 3%. Das ist für XRP ein feuchter Furz, so drastisch muss man es ehrlicherweise sagen. Aber bei den Preisverhältnissen oder bei den Kursbewegungen, die wir uns in den letzten Wochen hier ansehen müssen, können wir froh sein, dass wir überhaupt noch irgendwie ein bisschen Erholung kriegen. Und ich habe ja auch dazu gesagt, vor allem dieser Preisbereich um 0,54 US-Dollar Cent wird es dann meiner Meinung nach hier oben erst einmal entscheiden, ob wir wirklich Luft haben, bis 60 US-Dollar Cent noch zu steigen oder ob das Ganze hier wieder nur so eine kleine Phase ist und wir nochmal mit deutlich tieferen Kursen rechnen müssen. Und was mir so im Laufe der Woche, also im Laufe der letzten Woche so ein bisschen durchgegangen ist durch den Kopf, nachdem ja XRP-Token im Wert von 112 Millionen US-Dollar gestohlen wurden von Chris Larsen, Mitbegründer Ripple-Projekt. Die ganzen XRP wurden auf ganz, ganz viele Börsen geschickt. Und du kannst mir doch nicht erzählen, wenn, ich meine, wenn mir 112,5 Millionen US-Dollar plötzlich fehlen in XRP-Token, dass ich dann nicht zu einer Börse renne und sage, yo, könnt ihr das mal untersagen oder irgendwie die Kohle wiederholen, die Wallet sperren oder sonst nichts. Der Typ ist halt okay, so ein 112,5 Millionen in XRP-Token, die wechseln. Also einfach so. Weiß nicht, ich könnte gerne mal eure Meinung dazu schreiben, aber ich weiß nicht, ob ich, ja, da dann so ruhig wäre. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wir haben hier verschiedenste Börsen. Binance, Kraken, OKX, Gate.io, Maxi, überall wurde es hingeschoben. Und fällt es nicht auf irgendwie oder kann man da nicht mal sagen, yo, ich habe hier 112,5 Millionen US-Dollar verloren, die muss ich ja auch irgendwie wieder auszahlen oder in irgendwas anderes umwandeln. Wisst ihr, was ich meine? Nein, also das Ganze ist schon irgendwie suspekt, wenn man da ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Aber das sind nur so meine drei, vier Minuten Gedanken, die ich mir darüber gemacht habe. Es ist alles etwas komisch oder wird hier vielleicht irgendwie ein anderes Spiel getrieben? Wer weiß das schon? Wird hier versucht, irgendwie das Geld so unter der Hand irgendwie doch wieder zu verkaufen, weil man doch nicht so sehr an XRP glaubt oder weil wir immer noch nicht bei 589 oder 569 US-Dollar angelangt sind? Wer weiß das schon? Ist nur meine bescheidene Meinung. Denkt mal drüber nach und schreibt es in die Kommentare rein. Auf jeden Fall. Ja, sollten wir hier nicht über die 54 US-Dollar-Cent-Marke drüber kommen, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir hier noch einen größeren Abverkauf sehen und dann bin ich weiterhin hier bei 42 US-Dollar-Cent. Und ich werde sehr, sehr wahrscheinlich, sollten wir hier oben wirklich eine Gegenreaktion sehen. Und wir haben bei Bitcoin jetzt innerhalb der letzten Tage eine enorme Erholung gesehen. Wir haben es bei den Altcoins gesehen. Wir haben bei XRP überhaupt keine Erholung gesehen. Das heißt, der Chart ist momentan gefühlt hier tot. Sollte jetzt noch eine kleine Erholung kommen und die hier oben eben an unserem Pivot-Point hier oben gestoppt werden, das heißt bei 0,54 US-Dollar-Cent. Ich wiederhole es nochmal, 0,543 US-Dollar-Cent. Sollten wir hier oben gestoppt werden, werde ich das Ding wahrscheinlich erst einmal runtershorten, weil dann wird mein Preisstil, was ich ja schon länger oder seit Monaten call hier von 42 US-Dollar-Cent, deutlich, deutlich wahrscheinlicher. Und es wäre auch immer noch wahrscheinlich das Best-Case-Szenario. Diese Zone hier unten, wo wir ewig lange immer wieder rumgedruckt sind mit einem Fake-Out, dann irgendwann das Break-Out mit Bestätigung, dann diese enorme Rally mit XRP hat die Klage gewonnen, ach nee, doch nicht. Und dann ging es ja wieder runter und genau dieser Wig ist das noch. Genau dieser Wig ist das noch, der noch gefüllt werden sollte, der eine Menge Liquidität hier unten bereitstellt. Und wenn wir diesen gefüllt haben, dann können wir uns möglicherweise, hoffentlich, möglicherweise über einen Run freuen. Das ist aber noch in Zukunft und da brauche ich auch nicht jeden Tag ein XRP-Video dazu zu machen, wie toll doch XRP ist. Wisst ihr, was ich meine? Sorry, kleiner Seitenhieb gegen XRP-Maxis. Ist aber auch egal, auf jeden Fall, da bleibe ich momentan weiterhin bei meiner Meinung, dass es hier nochmal runtergehen kann. Das heißt für mich momentan eher weiterhin Short in diesem Preisbereich, sollten wir die 54 US-Dollars hindurch brechen. Die 60 wären dann die nächste Etappe, aber ganz ehrlich, bei all dem, was da momentan läuft, glaube ich da überhaupt 0,0 dran, dass wir das noch sehen. Außer Bitcoin macht ein neues All-Time-High. Dann ja, ansonsten bin ich da erst einmal fein raus. Schreibt jetzt gerne mal eure Meinung unten rein, was ihr momentan zu den Charts sagt. Seid ihr momentan long, seid ihr momentan short? Wie seht ihr die Marke von 54 US-Dollar sind? Und vor allem, wie seht ihr diesen Hack? Sagt ihr, ja ne, ist doch alles gut, passiert halt mal und sowas? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mir da einfällt. Auf jeden Fall, ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann, ja, nächste Woche zum XRP-Update wieder, ansonsten hören wir uns morgen dann zu einem normalen Bitcoin-Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.